Ich komme aus Bonn, Bonn liegt am Rhein, mein Freund heißt Paul, er trinkt gern Wein. Wir trinken viel Schnaps, viel Kaffee und Bier, wir sind typisch deutsch, ja so sind wir. Und sie, was machen sie? Und sie, wie heißen sie? Und sie, woher kommen sie? Ich komme aus Bern, das ist in der Schweiz, ein kleines Land mit großem Reiz. Wir lieben den Käse, die Berge, den See, im Sommer, die Sonne, im Winter, den Schnee. Und du, was machst du? Und du, wie heißt du? Und du, woher kommst du? Ich bin der Peter, ich komme aus Berlin, das ist Maria, sie wohnt in Wien. Maria tanzt Walzer von Johann Strauß, ich liebe die Kneipen und bleib nie zu Hause. Und ihr, was macht ihr? Und ihr, wie heißt ihr? Und ihr, woher kommt ihr? Wir heißen Theresa, Philippo und John, Ali und Kalik, Momo und Tom. Wir kommen aus Java, Peru und Hawaii, aus Ghana, aus Thailand und der Türkei. Wir kommen aus allen Ländern der Welt, wir essen und trinken, was uns gefällt. Wie figure wird Ai-Twein? Wir kommen aus